So, apropos Zukunft, Back to the Future. Ja. Dann wollen wir mal, ne? Hä, wo bin ich? Oh, oh, ähm, ja. Geil! Okay, das gefällt mir. Oh, ah. Egal. Ich nehm mal die hier. Gott, stockert das. So, bereits Nummer 1 gesäubert. So, genau das meine ich, nehm ich normalerweise... Oh. Ist schon echt geil hier gemacht. Wow. Äh. Alter, man, 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 man denkt ja auch mal schon viel fest. Ah, komm her. Let me alone. So, okay. Haben wir hier noch welche? Äh, ja, da haben wir noch welche. Und die unter uns, die auf der Seite. Und das ist das, was ich meine. Normalerweise schafft man da unten, da, wo wir jetzt gleich runterfallen werden. Und ist gleich von vier Seiten umringt mit Feinden. Und der ist natürlich nicht gesund, ne? Vielleicht kommen wir da direkt drauf. Nein, kann man nicht. Wo denn jetzt? Ähm, ähm, äh, achta. Warte, wo hänge ich denn? Achso, Scheiter. Hatte ich hier unten gar nichts. Uah. Durchs Gitter und durch abgeschossen. Aber einer ist da noch. Der habe ich gerade noch. Ja? Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Normalerweise sind wir zum höchsten Punkt. Der wäre da. Dann tun wir mal genau das. Hä? Ähm. Äh. 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 Als Fahrstuhl ist ja geil. Und gleich den richtigen erwischt. What? Woaw. Oh. Oh. Meine Felder sind die nervig hier, kriegst du ja Fadig-Attacken. Oha, okay, das mit diesen komischen, naja, Eishapfen sind es ja nicht, aber sieht so aus. Sieht schon nice aus. Ich habe gerade schon eine Frage hier, wo denn die Nanny bleibt. Kugeln sind für alle da, fuck, voll drauf springen, fuck, voll drauf springen, fuck, 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 okay. Dankeschön. Da kommt man nicht rauf, man kommt also nur hier raus, wo man auch normalerweise raus kann. Okay. Und wofür ist der hier? Achso, das ist einfach nur ein Rohr. Sieht das geil aus. So, da kommt man auch nicht hin, genau. Da ist ein Sichtfenster oder sowas. Ich verstehe nicht. Na gut. Äh, wirklich geht es jetzt weiter? Äh, Hilfe. Da. Go. Von der Gewehrmunition haben wir nicht mehr allzu viel. Ich bleib also erstmal bei der Schrotflinte. Was ist das? Irgendwas sagt mir, es ist nicht gut, ob ich nicht zu sprechen bin, wenn ich ja. Oha, ach du Kacke, die ist ja alles offen. Ah, super. Das wird mir Freude. Hm, verstehe ich nicht. Okay, blaues Feuer, das erklärt einiges. Meine Spürnase sagten mir, dass das blaue Feuer bedeutet, ich bin gleich tot. Aha. Aha. Äh, bitte was? Achso, lol. Wie geil ist das denn hier mit dem Wasser jetzt? Vor allem ist das gelbtönig. Ist das eine Gülle? Guckt euch mal diese, diese, alter. Also, ich würde jetzt keine, ähm, ähm, wie sagt man, keine Parallelen zu einer anderen gewissen gelben Flüssigkeit nennen, die sich gerne in Abwasserkanälen rumtummelt. Ich sag mal so, es ist, es ist ein Abfallprodukt der Menschen. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Hä? Oh. Ähm, brauchen wir noch nicht? Brauchen wir auch nicht. Noch nicht. Okay. Aha. Wow, man kann wieder durch anreißen. Oha. Ich komme nicht nahe genug an sie ran. Und sie komme nicht zu mir. Äh, klar, mach den mal gegenseitig fertig. Aber ist da was? Alter, nee, Mann. Beim Einzelschuss verbrauchte ich viel Munition. Ich musste hiermit erledigen. Hä, wo sind die hin? Ach, von unten kommt er. Vom Weiten kommt er her. Fuck. Ich wünsche, ich würde bitte näher rankommen. Ah, genau. Rückseitig um. Hallo? Okay. Das brennt ja wie Zunder. Der Scheiß soll gar schon fetthaltig zu sein. Ah, sieht schon besser aus. Fuck. Ähm. Ah. So. Oh, warst du mal gar nicht mal so schlecht? Nee. Oh, ja. Ah, das war dumm. Da komm doch mal her, du Arsch. Ich möchte mich mit dir vereinen. Trab an. Gut, ich muss jetzt mal die anderen da losbekommen. Der greift doch sowieso nicht an. Warum auch immer. Außer wahrscheinlich stellen wir nichts am wenigsten erwarte. Oh, alle weg? Oh, alle weg? Ja, alle weg. Gut. Fuck. Alter. Was war das denn krass für eine Aktion? Gott, bin ich schlecht. Danke. Du bist. Wollte ich noch haben, du Arsch. Ähm. Komme ich hier rauf? Nein. Danke. Okay. An die komme ich nicht ran. Achso, weil ich voll bin. Frag das doch. Ähm. Komme ich doch wieder rauf, oder was? Ah, verstehe. Äh, lol. Ah. Hehe. Na, ist ja nice. Die Rufkampflug auch nicht mehr. Na gut. Da ist ja so. Na komm, baldig. Doppelter Boden. Doppelter Boden. Doppelter Boden. Oh. Alter. Ach, schreck mich doch nicht so. Wo kommen die eigentlich her? Achso. Na klar, hier ist dein Raum gewesen. Jetzt nicht mehr. So. Du, mein Lieber. Alter. Dankeschön. Ich hab irgendwo noch einen Fatman gehört. Oh. Dankeschön. Ah, verstehe. Dankeschön. 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 Gut. Nächster Halt für Hölle. Oh. 透明 hals. Dankeschön. Oh. Der Vektor hier muss wohl als unpassierbarer Programm jetzt sein. Na gut. Also ich kann rüber. Was? Lol. So, wir gehen, das sah ja geil aus. So, das hier haben wir bereits. Oh, Junge. So, hier kommen wir nicht lang. Also zumindest ist da nichts. Oh, wow. Das sieht mal geil aus. Okay. Ah, was? Okay. 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 So. Äh, nein. Dich? Wow. Bei jeder neuen Attacke, die ich ausführe, stocket der Rechner erstmal. Wieso tue ich mir denn gerade selber? Wie? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also durch die Raketen. Na komm, auf. Wow. Wow. Klappe. Danke schön. Danke schön. Okay. So. Jetzt müssen wir weiter hinten hin. Okay. Danke. Lohnt sich zwar noch nicht, aber wir kriegen sowieso noch eine, von daher, oder? Kriegen wir hier von einer? Ja, wir wissen gerade gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ach, wir kriegen sogar eine blaue. Super. Okay. Gut. Da war nicht wie alles in Ordnung. So. Was? Also dann muss man bei denen, äh, bla, 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 bla. Bei denen führ ich da zweimal drücken. Oha. Arschloch. Eine blaue Perle. Die würde ich mir gerne aufheben. Können wir ja auch. Wir brauchen nur hier drauf drücken. Tadaa. Oh, da ist ein Gang. Wo der wohl hinführt. Der könnte uns den Arsch retten. Weil normalerweise geht das hier so. Ja. Also so geht's normalerweise. Aber. So. Ist das schon besser. Boah. 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 Das ist echt nicht schlecht. Oh. Ähm. Komm ich da rauf, ohne gleich zu sterben? Ich geh mal hier lang. Das scheint, wo jetzt ich zu kriegen. Ja. Oh, komm. Komm. Ja. Ja. Na komm. Richtig geiler Schachzug hier mit dem Abwasserkanal. Noch mehr? Ja. Oh, wir haben keine Munizur mehr. Das ist schlecht. Gut. Gut. Dann wagen wir es jetzt mal. Bitte nicht schießen. Ach, vorhin kamen auch noch welche. Heidehör. Da fahrt wir. Wo geht's denn hier lang? Ach so. Loll. Gefällt mir. Wow. Das gefällt mir auch. Rakete. So, gut. Wir brauchen ganz viel Shotgun Munition. Oh, mit ganz viel meine ich ganz, ganz viel. Okay. Und der letzte Sprung. Jawohl. War ja gar nicht mehr so schlecht hier. Cool. Dann können wir jetzt in den wohl schwierigsten Teil dieser Level-Map-Packs. Wobei das gerade eben, das war auch schon schwer. Wenn wir das mit dem Abwasserkanal nicht gefunden hätten, dann hätten wir gleich schon Spice gehabt. Und nur damit das klar ist. Weißt du, die sieht auch schon wieder so geil aus hier. Ah, 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 ah. Hier sieht alles geil aus. Was wuckt denn das Wasser? Äh? Schon mal was von Schwerkraft gehört? Okay. Äh, welche Dänen nehmen wir uns zuerst vor? Am besten da, wo wir stehen. Bis, glaube ich, wir sind weiter in den richtigen Raum. Nee, zwar nicht. Danke dafür. Ja, klar. Danke. Das sieht alles so krankgeil aus. So. Hier auch nicht mehr. Ähm. Danke dafür. Danke dafür. So, mach rein. So. Als nächstes gehen wir hier rein. Äh, ja. Das ist einer der Teile, die ich am meisten hasse. Das ist einer der Teile. Was? Alter, weg hier! Hallo? Sperrt der mir die Tür vor der Nase zu, die Gloves, ja! Voll getroffen! Stirb doch, Junge! Was, wo denn? Na komm, geh auf, geh runter! Geh zu! Geh doch! Ach du Kacke! Leck mich doch! Fuckiduck! Ah, ich hab gar nicht gespeichert! Ah, Bullshit! Der schwerste Teil von der gesamten Map jetzt hier! Warte, ich volltapp speichern nicht mal! Was? 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 So! Alter! Na, kommt her! Noch mehr! Gut! Ja! Ja! Danke schön! Graffiti! Graffiti! Ja! 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 Ach komm, wo bin ich denn gerade hängen geblieben? Das ist doch gar nichts. Du willst mich verarschen? Das ist der S-Game, warum ich gerade nicht richtig nach rechts laufen konnte. Aber ich gehe runter. Dann bist du doch ein paar rein. Sagte er und wurde umgebracht. Äh, kurz. Aber Alter. Komm mal her. Das hättest du ja nicht, Alter. Werdig mir mal abziehen gleich. Ach komm, das gibt es doch ja nicht. Wo bin ich jetzt schon wieder? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ach, Elimination. Noch mehr hier? Na ja, da ist noch der eine Ballertyp. Die Ballertyp. ? 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 So, Raketen brauche ich gerade nicht, nein. Hier brauche ich ein bisschen Munition, einfach eine Kacke. Gut, hier haben wir auch noch mal, die hat schon viel Rüstung. Ich bin einfach mal so frei, weil wie kriegen die beiden noch? Bei der Blockflüge bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob wir die überhaupt noch mal bekommen, aber hier wollen. Von daher nehme ich mich jetzt einfach mal. Ja komm. Bei der blauen Kugel war ich hochsicher, dass wir die noch mal bekommen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht wo. Hm, was deckt das Ganze? Ach, lecken wir doch. Hältst du mich denn wieder hier? Hä, wir kriegen wieder die Tür auf? Irgendwo muss hier ein Schalter sein. Ach, Mann. Bin ich jetzt bescheuert oder kriegen die Tür einfach so auf? Ach, Leute, kriegen die Tür einfach so auf? Ach. Ach. Dummheit, lass nach. So, jetzt wüsste ich es nur gerne. Irgendwo kamen wir doch an die blaue Mome ran. Ich weiß ja, wir gehen ja schon wieder. Schade, ich glaub nicht. Oh. Oh. Nein, das hier wollte ich. Hm. Ach, jetzt weiß ich wieder wo. Äh. Ich hoffe es zumindest. Und zwar da oben. Bei, da, bei dem Hinterhalt. Da haben wir die bekommen. Genau, doch. Genau. Bei dem Schalter vom Hinterhalt. So. Das heißt also, wir müssen jetzt bloß noch in den dritten Raum. Der hier. Ohne, dass wir hier wieder Schaden bekommen. Wo ist denn noch einer? Das ist ja mal gar nicht so viele sein müssen, ey. Gut. Vielleicht haben wir die größte Bedrohung schon mal ausgeschaltet. Und jetzt nicht? Hast du auch gerade gesagt? issern? Ja. Ach. Fakt. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, geht hier was ab, ey. Oha. Na super, wir kriegen den Nieder weg. Gut. Ähm. Gut, ich versuch mal darüber zu springen. Das geht sogar. Allerdings sind wir so weit oben, dass ich sie von hier aus nicht befinden kann. Oder? Auch hier. Fuck. Was ist das? jetzt muss der bloß noch verbluten, dann muss ich an die gelbe Karte, die da hinten und so liegt dran, zuallererst, lass dich mal in Ruhe hier, ähm, nein, die hier, jetzt muss ich mal die hier, fuck, ach man ey, fällt rum, so, jetzt habe ich alle Schlüssel, jetzt kann ich also langsam Richtung Zielgerade gehen, danke für die Ammo, Nation, noch ein bisschen Munition, den nehme ich mir gleich mal, wow, wäre bloß ein bisschen Pistole, okay, jetzt geht es da oben hin, kann ich einfach auch springen, nein, also, einmal auf den Fahrstuhl warten, boah, mach ja, hauptwichtige Geschäftstermine, okay, ach du Kacke, ähm, würde ich auch gerne benutzen, vor allem, vor allem nicht verschwenden, oder? ja, 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 ach du Kacke, boah, ach man, Was ist das? Halleluja! Wow! Ouch! Einer ist noch da! Geht doch! So! Gut! Fuck! Das ist doch Bullshit! So, sagen wir mal die ganzen Moni ein und die ganzen Boni ein und dann... Na komm! Von hier hatten wir jetzt alles... Guck mal noch mal da rein in den Raum... Ja genau, mehr war hier auch nicht... Gott, haben wir viel Munition verbracht, ey! Oh, nein! Oh! 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 so das war's mehr gibt es erstmalig zu holen dann werden wir mal jetzt Richtung Level gehen äh quatsch Richtung Level darf schon Richtung Silvi-Rader was? Digger, das gibt's doch gar nicht, jetzt hat uns hier die ganze Ammo abgezogen so, schön eingesammelte Ammo und sehr kloppen sie da alles ich glaub es nicht Na gut, soviel erstmal zu dem Thema Ach, geschafft! Ach, geschafft!